Hallo meine Lieben, ich sehe heute ein bisschen selbst haust und nicht gut aus. Ich bin gerade erst noch geworden und habe mir nur schnell ein T-Shirt übergezogen. Denn der Postbote war da und hat mir dieses schöne Buch gebracht. Herzgeblubber von Kathi Abrahamsen. Kathi Abrahamsen ist ja nur ihr Synonym, denn in echt, ähm, ja, sie hat einen YouTube-Kanal, dieser Agathe Knoblauch heißt, den ich euch in der Infobox verlinke. Sie ist eine ganz, 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 ganz tolle YouTuberin. Und ich liebe ihre Videos, also musste ich mir ihr Buch bestellen und werde dazu heute ein Lese-Emotion-Video machen. Und ich bin schon richtig gespannt. Eigentlich hatte ich ja heute vor, das Buch liegt übrigens auch schon hier, ähm, So Beach weiterzulesen, denn ich habe mir den zweiten Mann von, ähm, ja, zugelegt. Allerdings kam dann dieses wunderschöne Buch und ich dachte so, ja, 252 Seiten müsstest du eventuell schaffen, wenn du dich dran hältst, heute. Auch wenn ich mir das nicht glaube, da ich ziemlich eine Lese, da ich mittlerweile eine ziemlich große Leseflaute habe und eigentlich gar keinen Bock habe, irgendwie zu lesen, so die letzten zwei Tage. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich gerade einfach, ähm, ja, noch parallel ein Buch lese, kann man nicht wirklich sagen. Was mir überhaupt gar nicht gefällt, was sozusagen bis jetzt der Flop des Monats ist und das hat mich irgendwie, hat mir so ein bisschen so die Freude gerade am Lesen genommen. Aber ich hoffe, es wird jetzt mit diesem Buch wieder besser und ich freue mich und melde mich dann nach den ersten paar Seiten nochmal bei euch. So, hier bin ich wieder. Ähm, mittlerweile auf Seite 52. Also, das alles hier habe ich schon geschafft. Und, ja. Also, ähm, ich habe mir auch, bevor ich mir das Buch gekauft habe, Rezensionen und Lesemonate angeschaut. Und dort ist immer so ein ganz bestimmter Satz aufgetaucht, diesen ich auch nur, ähm, ja, auch wiedergeben kann. Und zwar war das der Satz, dieses Buch ist ziemlich kindlich geschrieben. Und das finde ich stimmt. Denn, ähm, ja, also es wurde bis jetzt noch kein Alter der Protagonistin angegeben und ich habe momentan so das Gefühl, sie ist so 12, 11, 10. Ähm, sie ist bestimmt älter, aber so vom Charakter her. Ähm, mich stört das persönlich überhaupt nicht. Also, ich bin positiv von dem Buch überrascht. Denn ich dachte so, okay, ich weiß direkt, wie es ausgeht. Ähm, allerdings ist dieses Buch doch ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Und es gefällt mir gut, denn es ist jetzt kein Buch, ähm, bei dem man jetzt besonders viel Informationen bekommt, beziehungsweise bei dem man mit Informationen zugeballert wird, man sich richtig in, ähm, konzentrieren muss, um dem Buch zu folgen. Das ist auf keinen Fall der Fall. Es ist eine leichte, es ist eine leichte Lektüre, nein. Es ist ein leichtes Buch für zwischendurch, das man einfach an einem Tag schafft. Und es ist überhaupt nicht anstrengend. Ich bin direkt in die Geschichte reingekommen. Und, ähm, ja, ich kann kaum erwarten, weiterzulesen. Denn, ähm, es ist, finde ich, ziemlich, ja, was heißt gut geschrieben? Es ist anders. Ich finde, ihr Schreibstil ist total anders. Richtig, richtig anders. Ich habe noch nie einen vergleichbaren gelesen. Nun, ähm, gesehen, gelesen, ja. Normalerweise ist es ja ziemlich oft so, man liest ein Buch und hat dann auch gleichzeitig tausend andere schon gelesen. Sozusagen vom Schreibstil her. Aber diesen Schreibstil habe ich jetzt bis, ähm, nur nicht wirklich gesehen. Und ich finde ihn richtig, richtig toll. Und ich lese dann auch mal weiter. Oh Gott, meine Haare und das Buch. Ja, bis gleich. So, ich melde mich wieder. Ich bin nur noch Seite 105, also, das habe ich schon alles, ähm, genau, hier gelesen. Und ich liebe dieses Buch. Es ist so toll. Es ist so witzig. Die Charaktere sind der Hammer. Der Schreibstil ist toll. Und, oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Buch so gut ist. Denn ich habe von vielen gehört, dass es wohl sehr kindlich geschrieben sein soll und schon gut ist. Aber, dass sie halt, ähm, ja, etwas mehr erwartet haben von diesem Buch. Ich muss sagen, ich finde es total toll. Mir hat es, äh, mir hat es, nein, mir gefällt es super gut. Ich, äh, ich bin total im siebten Himmel mit diesem Buch. Und ich finde es so schade, dass ich jetzt schon gleich in der Hälfte angelangt bin. Denn ich will dieses Buch lesen und lesen und nicht mehr auf. Es ist mega toll. Ja, mir gefällt es. Und ich, ich lese jetzt weiter, weil ich, ähm, ja, wissen wir, wie es weitergeht. Ja, aber wie gesagt, es ist mega, mega lustig. Ich muss ständig lachen. Und, ja, ich finde es total toll. Mir gefällt es. Ich lese dann weiter und melde mich gleich nochmal. So, ähm, mittlerweile bin ich auf Seite 152. Also habe ich quasi das alles hier schon gelesen. Ja, mir gefällt es nach wie vor. Und, ähm, ich habe nur zwischendurch noch schnell was gegessen. Und musste noch was überprüfen, denn unsere Klingel funktioniert nicht. Und, ja, meine Gastmutter hat mich noch nach so ein paar Sachen gefragt, die ich mache. Ähm, machen soll. Und, ja. Aber ich werde jetzt, also mein Ziel ist es, bevor ich den kleinen abhole, bis auf Seite 200 zu kommen. Ich denke, das ist realistisch. Und heute Abend lese ich dann die anderen 50 Seiten. Also ich denke, ich werde dieses Buch heute noch beenden. Und ich freue mich und ich lese dann mal weiter. Bis gleich. So, meine Lieben. Ich bin jetzt auf Seite 204. Also das alles hier habe ich jetzt schon gelesen. Und, ähm, ja, es gefällt mir nach wie vor. Leider muss ich jetzt los, den kleinen abholen und Haus abmachen. Das heißt, ich, ähm, ja, komme erst wieder gegen sieben zum Lesen, weil ich habe halt um sieben Schluss. Und werde da die restlichen Seiten lesen. Ähm, ist ja nicht mehr so viel. Und werde dann in meinem Zimmer das letzte Update zu dem Buch drehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal los, hole ihn ab und melde mich dann, ähm, kurz bevor ich weiterlese nochmal. Hallo, meine Lieben. Ich drehe das Abschlussvideo nun, ähm, am nächsten Tag und so auf der Couch, denn die Sonne ist gerade ziemlich extrem am Fenster. Und gestern Abend konnte ich es leider nicht mehr abdrehen, da meine Gastmutter direkt neben meinem Raum saß, äh, neben meinem Zimmer saß und mein Gastkind und Tammy geschlafen hat. Und, ähm, ja. Ich habe es auf jeden Fall gestern Abend noch fertig gelesen. Hier ist es das gute Stück. Es ist so wundervoll. Ich habe es geliebt. Ich finde zwar, dass das Ende so ein bisschen, ähm, hervorsehbar war und ziemlich, sagen wir mal, ein einfaches, normales Ende hat. Aber trotz alledem das Buch, oh mein Gott, ich habe es so geliebt. Ähm, ich liebe diesen Schreibstil. Ich habe pro Seite weniger als eine Minute gebraucht im Schnitt. Und es ist einfach so, so, so toll und so spannend. Also, was heißt spannend? Ich konnte einfach nicht mehr davon ablassen. Es war so, so, so witzig. Also, ich würde, äh, ich empfehle dieses Buch nur, also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Seht, ihr mir fehlen schon die Worte. Es ist wunderbar. Und vor allem alle Leute, die den Schreibstil von Kerstin Gier lieben, können mit diesem Buch auch nichts falsch machen. Denn ich finde, dass Kathi, also Agathe Knoblauch, den Humor in diesem Buch schon ein bisschen von Kerstin Gier hat. Also, wenn nicht, sogar noch mehr. Ja, ich finde dieses Buch, ähm, einfach so witzig. Und es sind so viele Witze dabei. Also, alle paar Seiten. Es ist mir ein Grinsen übers Gesicht gehuscht. Und ich, ich liebe dieses Buch einfach. Ich liebe es. Es hat mir echt so gerade meine Leseflaute. Ich hatte ja so eine kleine Leseflaute. Und dieses Buch hat mich aus meiner Leseflaute komplett rausgeholt. Es ist super, super, super. Und ich liebe es. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut ist. Auf jeden Fall, liebe Kathi, beziehungsweise Agathe Knoblauch, wenn du dieses Video siehst, dann schreib bitte noch ganz, ganz, ganz viele andere Bücher. Denn ich liebe dein Buch. Es hat mir echt mega, richtig, mega, richtig gut, genau. Richtig gut gefallen und ich habe es geliebt. Ich, ähm, ja, ich liebe es. Und, ja, wie gesagt, jeder, der Bücher von Kerstin Gere gerne mag, kann mit diesem Buch eigentlich nichts falsch machen. Und, ähm, ja. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie alt Harmony ist. Die ist 14. Und, ähm, ja. Also, ich würde sagen, das Buch ist jetzt so für Leute, die vielleicht so 30 sind oder so eher weniger was. Aber ich meine, ich bin ja selbst erst 18. Er ist 18. Ähm, und mir hat das Buch komplett gefallen. Ich finde auch, obwohl ich glaube auch Erwachsene haben mit dem Buch Spaß, weil die sich dann so, die Eltern von ihr sind einfach so witzig. Naja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Wünsche euch noch einen schönen Tag.